Hi, willkommen zurück bei einem neuen Video von Vertieft. Erstmal zeigen wir euch einen kleinen Paun. Also der aktuelle Stand der Dinge ist der. Der Benz hat jetzt eine Air Ride, komm mal mit. So sieht es jetzt aktuell aus. Also die Schläuche sind noch nicht zurechtgekappt und sowas, aber so an sich wird das Ganze dann positioniert. Wie er abgelegt aussieht, habt ihr ja gerade schon in dem Video gesehen. Wir ziehen jetzt vorne und hinten kurz die Sommerräder drauf, machen dann einfach mal so ein kleines Test-Fitment. Das Ding ist, aktuell, übertrieben gesagt, stehen meine vorderen Räder so, weil ich noch nicht bei der Achsvermessung war, durch das Fahrwerk einbauen und sowas hat sich die Spur ein bisschen verstellt. Wenn die Spur dann richtig eingestellt ist und das alles passt, dann machen wir so ein endgültiges Fitment-Video, dass wir die Kotflügel nochmal ziehen und alles anpassen, dass die Räder perfekt runter passen. Wie es jetzt dann aussehen wird, sehen wir ja gleich. Okay, wir stellen das Auto jetzt mal irgendwie ein bisschen anders hin, um es ein bisschen in Szene zu setzen, dann machen wir mal so einen kleinen Porn oder sowas. Also, wie es jetzt aktuell aussieht. Ich weiß gar nicht, ob es vorne überhaupt funktioniert. Es sieht ein bisschen knapp aus, aber schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also, lassen wir mal ab. Ach du Scheiße. 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 Das war's. Das war's.